In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die einfache Symmetrie-Eigenschaften von Funktionen erkennen und nachweisen kann. Mit einfache Symmetrie-Eigenschaften meine ich natürlich die Symmetrie zur Y-Achse und die Punktsymmetrie zum Ursprung. Als erstes musst du natürlich in der Lage sein, zu erkennen, wie überhaupt so eine Achsen- bzw. punktsymmetrische Funktion aussieht. Dafür schauen wir uns folgendes Schaubild an. Das Besondere an dieser Funktion ist die Tatsache, dass sie auf der rechten Seite von der Y-Achse genau so aussieht wie auf der linken Seite. In diesem Fall nennt man so eine Funktion symmetrisch zur Y-Achse. Die Punktsymmetrie zu erkennen ist leider nicht so einfach. Wenn wir uns zum Beispiel dieses Schaubild hier anschauen, der ist eigentlich punktsymmetrisch. Wie könnte man das feststellen? Naja, man wählt rechts vor der Y-Achse auf der Kurve irgendwo ein Punkt P. Ich habe mich jetzt für diese Lage hier entschieden. Und wenn man diesen Punkt am Koordinator-Ursprung spiegeln kann, so dass der Spiegelpunkt wieder auf der Kurve liegt, dann ist die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung. Das muss natürlich für alle Punkte auf der Kurve gelten, die auf der rechten Seite der Y-Achse liegen. Und auch wenn diese Eigenschaft an dieser Stelle ein bisschen schwer verständlich klingt, der Ansatz zur Überprüfung der Punktsymmetrie ist eigentlich einfach. Und noch ein kleiner bildlicher Hinweis an dieser Stelle. Damit meine ich, zum Beispiel achsensymmetrische Funktionen, wie hier unten dargestellt, müssen nicht immer die Y-Achse schneiden. Und das gilt natürlich auch für punktsymmetrische Funktionen zum Ursprung. Die müssen nicht immer durch den Ursprung verlaufen. Zum Nachweis dieser Symmetrie-Eigenschaften braucht man natürlich Ansätze. Und die werden wir jetzt versuchen, anhand zwei verschiedenen Schaubilder selbst aufzustellen. Ist eigentlich auch eine relativ einfache Sache. Wir haben beispielsweise als erstes eine Y-Achsen-symmetrische Funktion. Und zur Erinnerung, die sieht auf der rechten wie auf der linken Seite vor der Y-Achse aus. Deshalb können wir zum Beispiel irgendeinen X-Wert auf der rechten Seite nehmen und zu diesem X-Wert die passende Y-Koordinate auf der Kurve bestimmen. Die würde dann einfach F von X lauten. Und den gleichen Wert nehmen wir dann auch mit negativen Vorzeichen auf der anderen Seite. Natürlich im gleichen Abstand vom Koordinatenursprung. Und die passende Y-Koordinate würde dann F von minus X lauten. Und ihr könnt glaube ich schon ein Schaubild erkennen, wenn die Funktion achsensymmetrisch ist, dann müssen diese zwei Y-Koordinaten gleich sein. Kurz gesagt, F von X muss das gleiche sein wie F von minus X. Dies muss natürlich für alle X-Werte gelten. Und damit haben wir jetzt den Ansatz zur Überprüfung der Y-Achsen-Symmetrie. Bei der Punktsymmetrie ist die Überprüfung ein Tick unangenehmer. Also wir legen los mit der gleichen Taktik. Wir wählen auf der rechten Seite einen X-Wert und bestimmen zu diesem X-Wert die passende Y-Koordinate. Die lautet in diesem Fall wieder F von X. Jetzt im gleichen Abstand von Ursprung nehmen wir natürlich auf der anderen Seite den gleichen Wert nur mit negativen Vorzeichen und bestimmen auch hier die Y-Koordinate. Die lautet dann entsprechend F von minus X. Ihr könnt glaube ich an dieser Stelle eigentlich gut erkennen, dass diese zwei rote Balken eigentlich von der Länge gleich sind. Das Problem ist nur, der eine Balken befindet sich im positiven Bereich, hat also ein positives Vorzeichen, das andere im negativen Bereich. Um sie gleichsetzen zu können, dieser Y-Koordinaten, müssen wir einfach vor einer dieser Y-Koordinaten ein Minuszeichen setzen. Zum Beispiel habe ich jetzt vor dem F von X ein Minuszeichen gesetzt und dadurch wird dieser Wert wieder positiv und ist identisch mit F von minus X. Alternativ kann man natürlich das Ganze auch so schreiben, also das Minuszeichen kann man auch auf der rechten Seite tun. Allerdings werde ich jetzt für den Nachweis nur die erste Formel benutzen, weil die in den meisten Büchern vorkommt. Eigentlich könnte man mit Hilfe dieser zwei Ansätze, die wir gerade gesehen haben, alle Funktionstypen überprüfen. Allerdings, bei den ganz nationalen Funktionen, das sind diese X-O2, X-O3, X-O4 Funktionen, geht es auch einfacher. Und um ehrlich zu sein, einfacher als bei dieser Funktionen wird es gar nicht. Um genauer zu sein, kann man die Symmetrie durch bestimmte Eigenschaften dieser Funktionen begründen. Zum Beispiel, wenn alle Hochzahlen der X-Potenzen gerade sind, ist die Funktion achsensymmetrisch zur Y-Achse. Also, diese Funktion beispielsweise besitzt nur gerade Hochzahlen beim X, deshalb ist sie automatisch achsensymmetrisch. Und das müsst ihr dann nicht mehr überprüfen, sondern nur auf die Weise, wie oben geschrieben begründen. Allerdings noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Ich weiß, dass jeder in der Lage ist zu erkennen, dass X-O4 und X-O2 gerade Hochzahlen besitzen. Wieso hat denn die 4 hinten eine gerade Hochzahl? Naja, die 4 hat ja keine gerade Hochzahl, aber wir interessieren uns für die X-Potenzen. Und hinter der 4 steht eine unsichtbare X-O0, die wiederum 1 ist und deshalb wird sie nicht mehr geschrieben. Aus diesem Grund gelten alleinstehende Zahlen als Terme mit einer geraden Hochzahl, also eine gerade Hochzahl von X. Bei der Punktsymmetrie zum Ursprung sieht die Sache genauso entspannt aus. Und zwar, wenn alle Hochzahlen der X-Potenzen ungerade sind, ist die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung. Zum Beispiel, diese Funktion hat beim ersten Term X auf 5 und bei zweiten X auf 3, also können wir sagen, dass sie automatisch punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Und damit keine Zweifel gibt, noch eine abschließende Schlussfolgerung. Und zwar, wenn gemischte Hochzahlen vorhanden sind, also gerade und ungerade Hochzahlen, besitzt die Funktion gar keine einfache Symmetrie. Zum Beispiel, diese Funktion hier hat beim ersten Term X auf 5, bei zweiten X auf 3, also theoretisch bis hier punktsymmetrisch, allerdings die minus 1 hinten versaut alles. Zur Erinnerung, alleinstehende Zahlen gelten als Terme mit geraden Hochzahl beim X, wegen der unsichtbaren X hoch 0 hinten, die wiederum nicht mehr geschrieben wird. Deshalb besitzt diese Funktion gar keine einfache Symmetrie-Eigenschaft. Und jetzt sind wir endlich bei den Beispielaufgaben. Als erstes ein paar einfache Beispielaufgaben zu den ganz-tationalen Funktionen. Aufgabenstellung lautet, welche einfache Symmetrie-Eigenschaft besitzen folgende Funktionen. Als erstes diese Funktion hin. Also wir schauen nach den Hochzahlen von X. Bei dem ersten Term haben wir X auf 5 und bei dem zweiten Term, glaube ich auch gut vorstellbar, X auf 1. Aus diesem Grund können wir mit gutem Gewissen sagen, die Funktion ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Genauso einfach auch bei der zweiten Aufgabe. Wir haben beim ersten Term X auf 6, bei dem zweiten X auf 2 und hinter der 5, nicht vergessen, da steht eine unsichtbare X auf 0. Deshalb ist diese Funktion achsensymmetrisch zur Y-Achse. Bei der dritten Beispielaufgabe solltet ihr eigentlich erkennen, dass ihr an dieser Stelle gemischte Hochzahlen habt. Also hier steht eine X hoch 1 und hinter der 1 steht eine unsichtbare X hoch 0. Aus diesem Grund besitzt die Funktion gar keine einfache Symmetrie. Und bei der vierten Beispielaufgabe ist es leider auf Anhieb nicht so ganz erkennbar, welche Symmetrieart diese Funktion mit sich bringt. Deshalb solltet ihr in solchen Fällen zuerst die Klammern auflösen, wenn irgendwelche Klammern vorhanden sind. Das bedeutet, wir multiplizieren hier diesen vorderen Term mit dem 2 in der Klammer. Entsprechend haben wir dann, wenn wir das Ganze auflösen, 1 halb X auf 5 minus 1 halb mal 2 sind ja 1 und dann bleibt ja X auf 2 mal X auf 1 sind die X auf 3. Und spätestens jetzt könnt ihr erkennen, es sind nur gerade Hochzahlen vorhanden, also ist die Funktion Punktsymmetrisch zum Ursprung. Ich schreibe jetzt einfach abgekürzt PS, Punktsymmetrisch. Diese vereinfachte Begründung anhand der Hochzahlen gilt leider nur für die ganz rationalen Funktionen. Aber wir haben am Anfang uns zwei Ansätze hergeleitet, die für alle Funktionen gelten. Die habe ich jetzt auch hier oben rechts eingeblendet. Deshalb werden wir jetzt versuchen, diese Ansätze zu nutzen. Also die Aufgabenstelle lautet, überprüfe die Funktionen auf einfache Symmetrie-Eigenschaften. Und für den Anfang habe ich mich trotzdem für eine ganzrationale Funktion entschieden, damit ihr sehen könnt, auch hier könnt ihr diese Ansätze benutzen. Schon auf Anhieb könnte man erkennen, dass diese Funktion symmetrisch zu Y-Achse ist, wegen den geraden Hochzahlen. Mal sehen, wie das mit dem Überprüfungsansatz aussieht. Also, die Überprüfung für die Y-Achse lautet, f von x soll das gleiche wie f von minus x sein. Aus diesem Grund bilden wir natürlich das f von minus x. Und das bedeutet indirekt, ihr setzt überall das x in dieser Formel mit einer Klammer mit minus x. Das Ganze wird dann ungefähr so aussehen. Und als nächstes muss man praktisch diese Klammern zusammenfassen. Also, wir rechnen sozusagen minus x hoch 6 aus. Das Minus verschwindet ja wegen der geraden Hochzahl. Und auch noch minus x hoch 2. Auch an dieser Stelle verschwindet das Minuszeichen vor dem x wegen der geraden Hochzahl. Kurz gesagt, am Ende haben wir dann dieses Ergebnis. Und dieses Ergebnis vergleichen wir dann mit der Anfangsfunktion. Und ich glaube, ganz gut erkennbar, die sind natürlich identisch. Aus diesem Grund wurde jetzt nachgewiesen, dass diese Funktion y-Achsen-Symmetrisch ist. Ab hier geht es los mit den komplexeren Beispielaufgaben. Zum Beispiel als nächstes diese Funktion hier. Also, zuerst wird immer nach der Achsen-Symmetrie überprüft. Und das machen wir auch an dieser Stelle. Wir bilden sozusagen f von minus x. Und wie vorher gesagt, wir setzen überall das x mit einer Klammer mit minus x. Entsprechend haben wir dann zweimal minus x hoch 2. Das Ganze durch minus x hoch 4. Und dann am Ende noch minus 3. Und dann fassen wir hier diesen Term zusammen. minus x hoch 2 ist natürlich x hoch 2. Das Minuszeichen verschwindet wieder. Dann haben wir oben 2x Quadrat stehen. Und unten minus x hoch 4 ist natürlich auch x hoch 4. und das Ganze noch hier am Ende minus 3. Und jetzt beim Vergleich natürlich sind die zwei Funktionen wieder identisch. Also können wir sagen, dass diese Funktion y-Achsen-Symmetrisch ist. Ich habe es jetzt abgekürzt mit y-A-S. Bei der nächsten Beispielaufgabe haben wir diese Funktion hier. Und wir fangen natürlich wieder an mit der Achsen-Symmetrie beziehungsweise mit der Überprüfung der Achsen-Symmetrie. Also wir bilden f von minus x. Entsprechend haben wir dann 3 mal minus x oben im Zähler und unter dem Nenner 4 mal minus x hoch 2 und plus 1. Wenn wir das Ganze jetzt zusammenfassen, haben wir dann den Zähler minus 3x und im Nenner das Minus verschwindet wieder, deshalb 4x Quadrat plus 1. Trotzdem sind diese zwei Funktionen jetzt hier nicht identisch, deshalb ist die Funktion mit Sicherheit nicht Achsen-Symmetrisch. Also, ich kann ja hinschreiben, keine Y-Achsen-Symmetrie. Naja, wenn sie nicht Achsen-Symmetrisch ist, vielleicht ist sie Punkt-Symmetrisch. Und wenn wir jetzt auf diesen Ansatz für die Punkt-Symmetrie schauen, dann merken wir, okay, die rechte Seite haben wir eigentlich schon, indem wir hier diese Achsen-Symmetrie überprüft haben. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist die linke Seite. Und bei der linken Seite setzt man einfach nur ein Minuszeichen vor der Anfangsfunktion. Entsprechend haben wir dann Minus f von x ist gleich Minus und dann schreibe ich einfach die Einfachfunktion ab. Und die ist dann 3x durch 4x Quadrat plus 1. Und jetzt stellt sich nur die Frage, wo bringen wir dieses Minuszeichen, das vor dem Bruchstrich steht, rein, in Zähler oder in Nenner? Na ja, um ehrlich zu sein, haben wir Auswahl. Wir können entweder das Minuszeichen in Zähler bringen, was jetzt für uns sinnvoll wäre beim Vergleich mit diesem Funktionsterm hier, oder im Nenner. Ich entscheide mich jetzt natürlich für den Zähler und dann kann man ganz gut erkennen, dass diese zwei Funktionsterme praktisch identisch sind. Also, zu vergleichen ist dieser Funktionsterm mit dieser Funktionsterm und weil sie gleich sind, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass die Funktion punktsymmetrisch zum Ursprung ist. Bei der Aufgabe 8 haben wir dann diese Funktion und auch hier legen wir los zuerst mit der Achsensymmetrie. Also, f von Minus x ist gleich Minus 3 durch, hier brauchen wir keine Klammer, schreiben einfach nur Minus x plus 2 und ja, beim Vergleich mit dem oberen Term erkennen wir, es handelt sich mit Sicherheit um keine Achsensymmetrie, also keine yas. Dann bilden wir auch diesen Minus f von x, das heißt, wir setzen vor der Anfangsfunktion noch ein Minuszeichen, dann haben wir praktisch Minus, dann oben Minus 3 durch x plus 2 und jetzt stellt sich wieder die Frage, wo bringen wir dieses Minuszeichen rein, naja, ein Zähler macht es keinen Sinn, weil da haben wir schon die richtige Zahl, beim Vergleich hier mit f von minus x, also wir könnten es probieren mal im Nenner reinzubringen, allerdings müsst ihr da an der Stelle aufpassen, wenn ihr das Minuszeichen Nenner bringt, dann entsteht eigentlich eine Minusklammer in diesem Fall, weil es zwei Terme mit plus im Nenner stehen und wenn ihr diese Minusklammer aufmacht unter den Nenner, dann müsst ihr natürlich alle Vorzeichen ändern, deshalb habt ihr dann minus x, minus zwei Nenner stehen und beim Vergleich mit f von minus x erkennt man spätestens jetzt, die Terme sind auch nicht gleich, also besitzt diese Funktion gar keine einfache Symmetrie und kurz vorm Ende für die Interessierten unter euch zwei Aufgaben aus der Kategorie ein bisschen schlimmer geht es immer in erster Reihe eine Aufgabe die die Funktion beinhaltet für die jenigen von euch die die Funktion schon kennengelernt haben auch hier fangen wir an mit der Achsensymmetrie also f von minus x und wenn ich das dann einsetze sieht es so aus e hoch minus x plus e hoch minus minus x wenn wir das Ganze zusammenfassen haben wir dann praktisch e hoch minus x plus e hoch x und beim genaueren hinschauen sind die zwei Terme natürlich identisch nur die Reihenfolge ist vertauscht aber es ist ein Plus dazwischen deshalb ist das Ganze kommutativ damit haben wir den Beweis für die Achsensymmetrie und für die zweite Beispielaufgabe f von minus x ist dann gleich minus x hoch 3 minus minus x durch 2 mal minus x auch hier fassen wir das Ganze zusammen beim ersten Term bleibt das Minus stehen wegen der ungeraden Hochzahl hoch 3 also wir haben dann minus x hoch 3 dann minus minus ergibt wieder plus x und durch minus 2 x beim Vergleich mit der Anfangsfunktion sieht es am Ende so aus als wären sie gar nicht identisch aber der erste Blick täuscht und zwar wir könnten bei beiden dieser Terme hier im Zähler und im Nenner vor allem im Zähler ein Minus Zeichen ausklammern also dieses Minus hier könnt ihr euch genauso wie eine Minus 1 vorstellen deshalb könnt ihr es nach vorne vor der Klammer ziehen das bedeutet dass x hoch 3 wird wieder positiv und wenn ich aus dem hinteren plus x ein Minus Zeichen ausklammere das bedeutet ich teile durch Minus 1 dann steht natürlich hinten Minus x das Ganze geteilt dann durch Minus 2 x und jetzt bei näher hinschauen seht hier oben kürzen Minus 1 und hier verschwindet ebenfalls das Minus Zeichen deshalb lautet dann unser Term x hoch 3 minus x durch 2 x und dieser Term ist natürlich identisch mit unserer Anfangsfunktion deshalb können wir an dieser Stelle sagen dass die Funktion y achsensymmetrisch ist zum Schluss noch ein paar Hinweise in diesem Zusammenhang wäre es natürlich wichtig dass ihr euch noch die allgemeine Symmetrie Eigenschaften anschaut damit die Symmetrie zu verschiedenen Achsen und Punkten im Koordinatsystem im Studium tut man gegebenenfalls die Sache auch ein bisschen weiter führen und nennt das ganze gerade und gerade Funktionen und eine weitere Eigenschaft die vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Symmetrie Eigenschaft ist das Verhalten in unendlichen für verschiedene Funktionstypen wenn und wenn euch dieses Video geholfen hat vergisst nicht ein Like ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts